Hier ist ein altes Römerbad, ein Kaldarium für eine saubere, neutrale Schweiz, schon vor 2000 Jahren, zusammen mit der Neue Weltordnung, gegen uns Europäer und gegen die Welt, die größte Basis der Neue Weltordnung, die Schweiz. Für eine saubere Schweiz, neutral und Basis der Neue Weltordnung, die Römer, die Schweiz Oktogon, ihre größte Basis, damals und jetzt, ganz sicher.